hallo und herzlich willkommen im zen garden paraguay im bautag und diese woche die ereignisse sie überschlagen sich aber jetzt fange ich erst mal an mit dem wetterbericht zu sehen ich stehe recht leicht bekleidet da wir haben nämlich heute 33 grad und es ist immer noch winter damit möchte ich ihnen einfach zeigen in den vorigen wochen haben sie gesehen da habe ich immer ein bisschen mehr kleidung dabei gab ja der winter kann frisch sein aber es gibt dann auch wieder so phasen wie jetzt da hart klettert das thermometer auf über 30 grad wie heute so was hat sich arbeitstechnisch getan das ist immer das einfachste für mich schauen sie sich den parkplatz an und man sieht beim parkplatz er ist schon von dem boden von den natursteinen schon wesentlich weiter es fehlen nur noch die hinteren ein zwei drei parkplätze mit natursteinen zu belegen dann ist der parkplatz fertig und natürlich dann hier noch der weg zum parkplatz und der meter zwischen parkplatz und der einfach muss noch gemacht werden und dann sind wir hier fertig viel interessanter ist dass wir diese woche unsere ersten buchungen bekommen haben und zwar aufgrund von änderungen in den coronarichtlinien von paraguay im moment ist aktuell wieder die notwendigkeit gegeben dass sie bei flügen aus europa zwingend fünf tage quarantäne häusliche quarantäne machen müssen das hatte den effekt dass sehr viele hotels den touristen die eben einreisen wollen die papiere machen wollten die hotelzimmer gekündigt haben denn die hotels sagen ganz klar fünf tage quarantäne dafür sind sie nicht ausgelegt in einem kleinen hotelzimmer oder auch in einem kleinen appartement das ist schon alles ziemlich eng und dann sind wir von einer guten freundin hier in paraguay gefragt worden die selber vermietet und alles voll hat gesagt du es kommen kunden von uns habt ihr nicht wie weit seid ihr könnt ihr nicht schon was vermieten ja und unsere ersten zwei häuser waren ja mit dem innenausbau fertig und was noch gefehlt hat waren dekorationssachen das heißt wir haben letzte woche unter super hochdruck fertig gemacht das heißt das erste haus haben wir auch schon vermietet da werden wir heute nicht hingehen ist im einsatz und das zweite haus das orchidee das schauen wir uns heute noch von außen an das ist vorbereitet denn auch da wird diese woche der erste mieter kommen und freut uns natürlich toll vor allem die rückmeldung die wir schon bekommen von den mietern ist einfach man fühlt sich wohl und ich meine fünf tage quarantäne heißt im zen garten sie können den ganzen garten und alle die gesamte außenanlage wie sie gerade fertig ist können sie natürlich dennoch mit benutzen und das ist natürlich schön auf der einen seite haben sie eine doppelhaushälfte von rund 100 quadratmetern mit allen annehmlichkeiten und auf der anderen seite haben es einen garten von 1000 quadratmeter plus und sie können sich in die sonne setzen und wir haben ja essenslieferservice wir müssen von den nudeln und von der anderen dame die ein kleines restaurant bistro aufgemacht hat vor unserem zen garten haben wir schon erzählt das heißt auch hier es gibt immer frisch gekochtes essen wenn sie das möchten freihaus geliefert ja und zu dem essen service natürlich nicht zu vergessen wir haben auch mittlerweile den kiosk eröffnet ganz klar das heißt hier können sie die ganz normalen lebensmittel die sie für frühstück brauchen für abendessen brauchen mittags zum selber kochen können sie natürlich hier am kiosk einkaufen müssen nicht raus wir sind sogar mittlerweile so verblieben wir kriegen eine wunschliste eine einkaufsliste von unseren gästen das wird besorgt und dann bekommen sie natürlich auch das was sie von zu hause kennen und was sie gerne essen aber jetzt machen wir weiter mit den baulichen sachen deswegen haben wir natürlich auch sehr viel augenmerk in der letzten woche nicht nur auf die innenausstattung gelegt sondern auch auf den garten und sie sehen zum beispiel hier um den parkplatz herum stehen schon die ersten bananitas wir hier die bananitas die sind jetzt umgepflanzt worden die sehen deswegen auch ein bisschen traurig aus das ist voll und ganz in ordnung da warten wir jetzt mal ein zwei drei wochen ab und dann denke ich mal haben wir sich voll akklimatisiert und natalie hatte auch schon mal ein video und auch fotos denke ich veröffentlicht wie eine bananita blüte aussieht und wunderschön also einfach unserem kanal noch mal gucken eine bananita blüte haben wir noch aber die ist schon ein bisschen verwelkt die zeige ich ihnen gleich aber wie gesagt wichtig einfach sie sehen hier schon die bananitas sind angepflanzt wir haben hier mit erde auffüllen lassen gras angepflanzt und sie auch erde ist bereits aufgeschüttet die geht schon so sage ich mal zur hälfte um den parkplatz herum sie sehen auch wir gehen gleich noch mal gemeinsam hin auch hinten beim kinscho haben wir die erste hälfte mit den zielen mit dem boden fließen bereits fertig leben lassen und man sieht auch schon die bananitas auf der vorderen auf der rückseite des kinschos die sind auch bereits angepflanzt und auch der boden herde ist aufgeschüttet worden da schauen wir uns jetzt gemeinsam aus der nähe an los geht's so ich hatte schon gesagt das sind bananitas und sie sehen hier meine schon verwelkte blüte aber sie können sich vorstellen wenn die frisch aufblüht und die farben leuchtend hervorstechen wenn die form kann man noch sehr schön erkennen es ist ein gedicht im kanal einfach mal schauen natalie hat schon mal über eine bananita berichtet und video live gestellt und das bei uns im garten die bei uns im garten blüht und da haben wir eben gesehen wie toll das ist und haben gesagt wir brauchen mehr bananitas haben freunde gefragt ob sie bananitas haben und die haben uns dann ja es sind viele bananitas die wir gepflanzt haben weil wir einfach sagen super toll schön das wollen wir auch in seinem garten haben so ich stehe im kinscho und sie sehen der erste teil des kinschos haben wir jetzt die bodenfließen anbringen lassen und das werden wir natürlich in den nächsten wochen sukzessive möchten wir den kinscho fertig machen aber diese erste hälfte reicht natürlich für unsere ersten gäste schon voll und ganz aus dass man sich hier gemütlich niederlassen kann das nächste wo wir sehr viel gemacht haben ist im gartenbereich fange ich an mit dem buddha den sie hier sehen es heißt nicht umsonst zen garten natürlich werden wir hier auch zen elemente und ja zen design mit in den garten integrieren und das erste ist zum beispiel eine brunnenanlage mit buddha genau hier zentral in der mitte und wir sehen rechts neben dem buddha der grauen stein das wird ein springgrund und noch weiter rechts von dem buddha die einzelnen steine die zusammen zu diesem protest ja zementiert worden sind da kommt der buddha dann diese woche drauf wir sehen schon das ganze wird schätzungsweise so 3x6 meter haben und das ist eine der optischen sachen die wir hier einfach in den zen garten eben als zen element integrieren aber es geht noch weiter wir sehen ganz hinten ist eine fläche betonierform das nennen wir unsere französische ruhefläche der grund ist ganz einfach wir haben aus frankreich eine pergola mitgebracht die werden wir da auch installieren und der bereich ist offen das heißt die pergola wird installiert oben kommt noch ein dach drauf wir wissen noch nicht genau was wir oben drauf machen werden kann ein strohdach sein wir werden sehen und unten rein kommen dann eben unsere liegestühle wo man sich wunderbar im garten niederlassen kann und das schöne wetter genießen kann und wir machen auch noch mehr wir haben noch eine und das ist jetzt gegossen und das wird ein spa bereich ein kleiner spa bereich und zwar mit whirlpool klein ruhezone dusche natürlich und auch einer sauna die meisten sagen immer was willst du mit einer sauna in paraguay naja nicht vergessen sechs monate ist es hier kühler als in den anderen sechs monaten das heißt das was wir hier winter nennen auch wenn ich gerade bei 33 grad hier so locker rum stehe es gibt hier aber auch wie gesagt tage dass tagsüber nur 10 15 grad und da macht eine sauna natürlich schon mit 60 bis 100 grad je nachdem wie warm man es möchte schon spaß und wie gesagt hier werden wir auch ein festeres dach drauf nehmen wir werden rechts und links auch mauern vorne werden wir eine kleine mauer hinbauen und den rest werden wir aber offen lassen da kommt ein moskito netz hin dass man nicht von den moskitos belästigt wird aber im endeffekt kann ich mich dann mit badehose in den vollpool setzen stelle den blubbern an und kann wunderbar in den garten schauen und die zeit genießen und natürlich relaxen runterkommen und einfach wieder auftanken das waren die großen markante dinge die gerade im garten passieren ich erzähle jetzt nicht dass die gehwege da auch weiter gebaut worden sind und das war da einiges auch noch es ist ja nicht nur dass man die natursteine bei einem gehweg hinlegt da muss ein fundament runter da muss dann oben dementsprechend dann noch veredelt werden versiegelt werden das wird natürlich auch alles parallel passieren läuft schon an ist eine sehr sehr zeitaufwendige arbeit und man sieht eigentlich nicht dass was passiert ist komme ich zum abschluss noch zu dem was ich vorhin gesagt habe in den häusern haben wir ja sie sind bezugsfähig das heißt bezugsfertig das heißt ja schränke betten licht alles was man braucht ist drin und wir sehen das jetzt hier schon schauen sie einfach weg denn sie sehen zwar hier im hintergrund auch zwei getränkeflaschen das waren wir denn wir haben uns natürlich auch sonntag ist wieder haben uns in diesen zwei liegen die sich hier sehen heute schon niedergelassen und haben das schöne wetter genossen sie sehen aber so wird es im endeffekt aussieht man hat rechts den tisch außen in dem fall haben wir für vier personen also die stühle für vier personen hingestellt wir haben jetzt zwei liegen die stühle aufgemacht nämlich für uns beide sie sehen dahinter ist die gemauerte sitzfläche was hier noch fehlt sind die ganzen kissen und auch die sitzfläche da kommt auch wieder in dem gleichen rum wie sie es hier sehen kommen so bezogene schaumstoff polster drauf und kissen für den rücken nebenan im haus kolibri ist das alles schon da aber wir zeigen ihnen das jetzt einfach aus respekt vor unseren kunden natürlich nicht unsere gäste sind natürlich im haus sind auf der terrasse und die möchten wir natürlich nicht stören das war's diese woche vom senna ja wir sind noch am bauen zugeben aber die notwendigkeit war da schon gäste anzunehmen und wir freuen uns dass die ersten gäste da sind und unsere gäste haben uns auch schon wunderbaren feedback gegeben das heißt wir freuen uns sehr darüber dass es bei den ersten gästen also für uns ist das meilenstein wieder dass der senna und die ideen die wir hier noch alle haben dass es so gut ankommt und wie gesagt dass es anscheinend auch so gemütlich in den häusern ist mit der terrasse mit dem garten hier zu bleiben und in dem fall die tage der quarantäne 100 prozent hier im senna zu verbringen so und wenn ihnen das ganze zugesagt hat dann melden sie sich doch einfach wenn sie auch in der nächsten zeit vorhaben nach paraguay zu kommen möchten die quarantäne oder vielleicht ihren ganzen urlaub hier bei uns verbringen wie gesagt die gartenanlage wird jetzt sukzessiv schnell fertig werden die häuser sind bereits gemütlich und bezugsfertig wir freuen uns wenn wir von ihnen hören wenn wir von ihnen lesen ihr senna garten team paraguay ja und ich krieg da ein zeichen weil ich vergesse das ja immer so gerne hat ihnen das video gefallen dann bitte daumen hoch hier unter dem video einfach klicken und wenn sie noch unseren kanal noch nicht abonniert haben das war das immer wieder ein killer für mich dann gleich daneben die glocke anklicken und sie werden immer informiert wenn wir ein neues video ausprobieren bis nächste woche ihr senna garten paraguay tschüss